Es ist ein wirklich dramatisches Lila-Smokey-Eye. Oh mein Gott! Es ist zum Sterben schön. Sie konnte nicht zur Schule gehen, sich mit ihren Freunden treffen. Sie hat viele Freunde über Social Media gefunden. Das ist dein chinesischer Look. Es war einfach ihre Art, sich mitzuteilen. Einfach so die Nase runter. Vielen Dank, Leute. Und bitte kommentiert sofort, denn ich lese jeden einzelnen Kommentar. Sie hat vielen Kindern, die gehänselt wurden. Vielen Kindern, die kein Selbstbewusstsein hatten. Sie fühlte sich gut dabei, anderen zu helfen. Verliert nicht die Hoffnung. Kauft euch Make-up! Verliert nicht die Hoffnung. Betet jeden Abend. Verliert nicht den Glauben. Talias Videos gaben ihr die Kraft, weiterzumachen. Die Leute haben ihr gesagt, dass sie stolz auf sie sind. Dass sie weitermachen soll. Sie war durch ihre Fans motiviert. Sie wollte sie nicht im Stich lassen. 수�bitat sind. けど sie nicht im Stich lassen. Das war für sie kreisend.